Was ist denn eigentlich Online-Marketing? Und vor allen Dingen, Leon, was mir ganz wichtig ist, dass unsere Zuhörer und die Zuschauer hier auf YouTube eine Sache wirklich verstehen. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Emolution-Podcast-Folge. Heute mit einem sehr spannenden Thema, nämlich macht Online-Marketing für Immobilienmakler überhaupt Sinn? Und Leon und ich werden euch hier durch diese Sendung heute führen. Und Leon, erzähl mal, du hast viele Gespräche geführt mit Maklern in den letzten Monaten, in den letzten Jahren und immer wieder ist das Thema Online-Marketing natürlich aktuell, wird immer wieder angeführt. Sag mal. Also was extrem erkennbar ist, dass gerade die Makler so auf diesen Online-Marketing-Zug extrem aufspringen, die eigentlich noch relativ am Anfang stehen. Auch wenn man schon ein paar Jahre dabei ist, aber eben halt, sag ich mal, nur die hauptsächlichen Quellen für neue Objekte, zum Beispiel Empfehlungen sind oder Lead-Käufe, dann ist so der nächste Schritt so Online-Marketing in den meisten Fällen oder sogar komplett von Anfang an direkt Online-Marketing. Und dazu muss man natürlich ein bisschen mehr sagen als jetzt nur ein paar Dinge. Also erstmal ist es ja einfach nicht richtig und falsch zu glauben, dass Online-Marketing, gerade wenn man noch nicht offline an seinem Standort alles dafür getan hat, um wirklich als Marke, als Brand wahrgenommen zu werden, dass die Dienstleistung wirklich an dem Standort schon von alleine kommuniziert, ist einfach nicht richtig, die Chance und den heiligen Gral im Online-Marketing zu suchen. Und weil Marketing ist ja unterm Strich, am Ende des Tages, da kannst du ja auch sehr viel zu erzählen, immer zielgruppengerichtet und zielgruppenorientiert, Marketing im Allgemeinen. Und wenn ihr euch mal die Frage stellt oder Makler generell, wer ist denn die Zielgruppe? Ja, dann sind das in den meisten Fällen Eigentümer Ü50. So, und da ist es halt einfach so, dass es grundsätzlich andere Maßnahmen und Wege gibt, an genau diese Zielgruppe ranzukommen. Klar, das hängt immer von der Branche ab. Das sind jetzt natürlich keine pauschalen Aussagen. Aber da gibt es andere Wege, um an die Zielgruppe heranzukommen. Zumindest vorab. Also ich sage ja nicht, dass per se Online-Marketing schlecht ist oder nichts bringen kann, aber es kommt halt auch immer ganz darauf an, wann macht man was. Also vom Timing her fange ich jetzt lieber an, an meinem Standort offline mich wirklich bekannt zu machen und da Maßnahmen zu etablieren oder fange ich halt mit Online-Marketing an. Und da kann ich halt einfach an die Leute sagen, es macht keinen Sinn, damit anzufangen. Okay, also ich würde das Ganze erstmal tatsächlich nochmal ganz von vorne anfangen, erstmal zu definieren, was ist denn eigentlich Online-Marketing? Zuallererst mal Online-Marketing bedeutet ja, dass ich online, also via der sozialen Netzwerke, beziehungsweise also Google, YouTube, Facebook, Instagram, also überall da, wo ich mit bezahlter Werbung mich positionieren kann, also Werbung schalten kann, dort aktiv zu sein. Da ist ja mal vom Grunde genommen erstmal gar nichts Falsches dran. So, das war das Erste. Definitiv. Dann gibt es ja noch zum Online-Marketing, könnte man jetzt auch Social-Media-Marketing ist ja auch im engeren Sinne, ist ja auch Online-Marketing, nur halt nicht bezahlt, sondern geht es ja einmal organisch, organische Reichweite zu generieren und einmal sozusagen bezahlte Reichweite zu generieren. So, die wichtigste, aus meiner Sicht wichtigste Frage, oder wie die eine hast du schon gesagt, wer ist die Zielgruppe und erreiche ich die Zielgruppe online? Das steht außer Frage, denn natürlich sind auch Ältere oder andersrum, was sind denn überhaupt die Kernprobleme, die jemanden veranlassen, seine Immobilie zu verkaufen? Jetzt muss man natürlich eine andere Sache noch dazu sagen, Leon, nämlich, es dreht sich ja der Markt, wir sind jetzt mitten in der Zinskrise, es geht auch und mehr darum, Objekte zu verkaufen. Jetzt könnte man wieder sagen, okay, macht jetzt Online-Marketing hier mehr Sinn, also das heißt, Objekte zu bewerben und so weiter. Da gibt es natürlich die einschlägigen Portale, wie Immobilienscout etc. Da macht es mit Sicherheit mehr Sinn. Ja, auch das, ich sage mal, Fragezeichen, ja, wir schauen uns das jetzt einmal ganz in der Kürze und Würze an. Der Punkt ist, zuallererst mal sind natürlich im Verkauf die Portale und auch da haben viele Immobilienmakler ein Beef drauf gehabt. Warum? Weil natürlich Immobilienscout, Immowelt, Immonet die Preise permanent angehoben, vornehmlich natürlich Immobilienscout die Preise permanent angehoben hat und die Makler natürlich nach Alternativen gesucht haben. Da sind wir aber wieder vom Fokus her geldorientiert und das macht auch keinen Sinn, weil ich investiere dort, wo ich am meisten zurückbekomme. Ja, also wo ich, ich kann ja den Preis ausrechnen, wenn ich also jetzt bei Immobilienscout, sagen wir mal, 1000 Euro ausgebe und ich kriege da für ein Objekt, sagen wir mal, keine Ahnung was, 100 Leads hin, ja, dann kostet mich, dann kostet mich das Ganze 10 Euro pro Lead, ja. Und ich habe einen qualifizierten, also einigermaßen qualifizierten Kaufinteressenten, weil der sich konkret für eine Immobilie interessiert. Hole ich die Leute über Facebook, was ich alles schon getan habe und habe ich jede Menge Geld investiert, habe ich definitiv nicht so einen qualifizierten, weil das so ein vorbeilaufender Mensch ist, der auf das Thema vielleicht jetzt gerade fokussiert ist. Also ich wage zu bezweifeln, dass der genauso qualifiziert ist, als jemand, der aufs Portal geht und wirklich zielgerichtet nach einer Immobilie sucht. Ja, in der Masse definitiv. Klar, es gibt natürlich immer Ausnahmen, also nichts, was wir hier sagen, kann man jetzt pauschalisieren. Deshalb sage ich ja auch beispielsweise, Online-Marketing kommt halt auch ein bisschen darauf an. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel an deinem Standort, um jetzt mal wieder zurückzugehen auf, sage ich mal, die Akquise von neuen Objekten, wenn du jetzt an deinem Standort schon extrem bekannt bist und wirklich schon viel machst, viel tust, regelmäßig, konstant und auch schon eine Sichtbarkeit, Bekanntheit hast einfach, hinten raus kann man natürlich überlegen, hey, kann ich jetzt nochmal vielleicht meine Zielgruppe erweitern, vielleicht auch regional übergreifend, um da nochmal ein bisschen zu skalieren, aber unterm Strich wird das niemals an die Performance von gutem Standort-Marketing rankommen. Auch hier wieder, ja, erst mal, wir haben ja gerade definiert, was ist das überhaupt? Jetzt kommen wir aber zu dem Thema, was du gerade sagst. Ich will mehr über die Strategie, ich will nochmal auf die Strategie auch eingehen und warum Online-Marketing bei den meisten Maklern nicht funktioniert oder nur zeitweise. Denn eine Sache ist klar, schauen wir uns doch mal die ganzen Agenturen, die ganzen Leute an, die da draußen aktiv sind. First Level, Second Level, das heißt, wie tief arbeiten die denn? Ja, man wird vielleicht ein paar Leads generieren, vielleicht auch ein paar mehr. Ihr könnt gerne in die Kommentare hier reinschreiben, wer wirklich, wirklich dauerhaft, und ich meine länger als drei Monate, länger als drei Monate, konstant Leads über das Internet generiert. Und das jetzt über Jahr. Und die auch Umsatz generiert haben. Genau, und das über Jahr, und ich meine nicht mal ein, zwei, drei und yeah, Jukuhu, sondern ich meine wirklich mindestens mal über einen Zeitraum von acht, neun, zehn Monaten oder länger. Denn hier ist das, und deshalb funktioniert es nicht. Solange du als Immobilienmakler, und nageln wir es knallhart so ein, wie es ist, solange du als Immobilienmakler, keine Ahnung, keine Ahnung. Also im Prinzip heißt, dass du das Thema Online-Marketing studiert, also das Studium von bedeutet, eine Sache wirklich im Detail erfasst zu haben und verstanden zu haben. Ja, also dass man wirklich mal sich beschäftigt mit der Sache, wie das wirklich funktioniert. Also bin ich abhängig von Dritten, die mir erklären, wie es geht. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Und da liegt der Hase sowas aber von richtig im Pfeffer, weil die ganzen Leute, die da draußen sind, zeigen dir, also machen ein Video mit dir, machen ein paar Ads, und die laufen irgendwann aus. Online-Marketing ist ein permanentes Beschäftigen mit der Sache, permanent neues Advertising, also neuen Content zu produzieren, also Content jetzt, also Werbekontent zu produzieren. Und es ist nicht damit getan, ein fucking Video zu machen und dann funktioniert das auf alle Zeiten. Das ist dann viermal, fünfmal, sechsmal in der Zielgruppe ausgespielt worden und dann kotzt es alle an, dann wollen sie es nicht mehr sehen. Das heißt, da musst du neues Zeug hinterherlegen. Überleg mal, wie viel wir tun und regelmäßig und immer wieder neu und anders, um in diesem Bereich überhaupt aktiv bleiben, also zu sein und zu können. Okay, also verstehst du, die Strategie ist doch viel, viel, viel entscheidender, ob das überhaupt langfristig funktioniert. Also 100 Prozent, 100 Prozent. Das habe ich auch schon ganz oft gesagt. Ich glaube, in einem vorherigen Podcast habe ich das auch schon mal gesagt. Also das sorgt halt langfristig für extreme Abhängigkeiten, wenn du eben das nicht machst oder wenn du es machst, wenn du dich darauf fokussierst, sorgt das halt langfristig für extreme Abhängigkeiten, dass du unterm Strich eigentlich nicht Herr der Lage bist. Ja, du bist nicht Herr deiner eigenen Umsätze, weil wenn das jetzt wegbrechen würde und ja, das wird wegbrechen, dann bist du am Arsch. Naja, vor allen Dingen, schau mal, der Punkt ist, was ist denn das Versprechen draußen? Das Versprechen draußen ist, hey, ich generiere dir mit Online-Marketing, generiere ich dir Leads. So, dann wird, was wird gemacht? Es wird ein Video gemacht, es wird ein bisschen Werbetext geschrieben, also eine sogenannte Ad-Copy und dann wird das geschaltet. So, und dann passiert ja irgendwas, weil Targetierung in der Region, Zielgruppe, bla, bla, bla. So, und jetzt? Was ist denn in zwei Monaten? Was ist denn in drei? Weil das Ganze wird peak und dann geht es wieder runter. So, und dann musst du nachlegen. Und jetzt ist ja entscheidend, kann der Makler das? Kann er nachliefern? Das ist genauso wie bei anderem Marketing auch. Also entweder du bist so gut in deinem Empfehlungsgeschäft und selbst wenn du Werbung vor Ort machst, deshalb scheitern doch auch, egal ob das Flyer, ob das Print ist, egal welche Marketingaktivität, sie scheitert an einer Sache. dranbleiben, neuen Content produzieren, regelmäßigen Content produzieren, die Zielgruppe verstehen, die Probleme der Zielgruppe adressieren und immer wieder drauf und immer wieder drauf und immer wieder drauf und sichtbar werden. Online-Marketing ist kein anonymisiertes Werbegeschäft, sondern ist Sichtbarkeit, ist die Fratze in die Kamera zu halten und immer wieder drauf zu gehen. Ja. Oder? Ja, und das ist das Hauptproblem. Deshalb kriegen die das alle nicht geschliffen. Ja, und dann kann die Agentur, so gut oder so schlecht sie sein mag, völlig egal, kann nicht weitermachen. Und die haben dann auch nicht mehr die Power, ja, die Power, weil sie selber gar keine Ideen mehr haben, weil die meisten, und das sind auch leider 70, 80 Prozent, First-Level-Berater sind. Ja, und nicht nur First-Level-Berater, also was meinen wir mit First-Level? Kurz zur Erklärung, weil wir First-Level sagen, ja, First-Level meinen wir mal die erste Creative, also Creative ist quasi das Video oder Bild, ja, zu der Ad, mal die erste Creative, die erste Ad-Copy, also den Werbetext und halt das technische Aufsetzen der Kampagne, also mit Targeting etc. pp. Das kriegen die noch hin, ja, aber wo es halt scheitert, ist in dem Second-Level, also wo es halt tiefer geht, es ist halt wirklich Daten auszuwerten, die zu optimieren, neue Sachen zu produzieren, neue Ideen, Kampagnen, weil alle Online-Market, oder alle Companies, die Online-Marketing wirklich erfolgreich machen, haben einen Kosmos aus ganz, ganz vielen Ads, ja, mit Initial-Ads, Re-Engagement-Ads, also sprich Remarketing-Kampagnen und so weiter, Branding-Videos, Testimonial-Ads und so weiter, ne, also da entsteht ein ganzer Kosmos und das als Makler abzuhalten, wenn man in der Tiefe nicht viel davon versteht, von wirklich Online-Marketing ist ein fataler Fehler. Ja, genau und deshalb funktioniert es auch nicht richtig, ja, aber nochmal, wir haben jetzt viele Fachbegriffe genommen, im Endeffekt geht es halt wirklich darum, konstant neue Dinge zu produzieren, ja, und, und neue Sachen zu machen, das ist halt nicht wie, du produzierst ein cooles Video von, von irgendeiner bekannten Automobilmarke und du hast so viel Budget, ja, so viel Werbebudget, dass du das erstmal in alle Medien reindrückst über einen Zeitraum von, sagen wir mal, einem Jahr, dann ist das die Werbekampagne für ein Jahr mit 100 Millionen Werbebudget, das ist ein himmelweiter Unterschied, Sportsfreunde, als wenn du da als Makler schon, ich sag mal, wie soll man sagen, Schweißperlen auf den Stirn hast, wenn du einen Tausender im Monat ausgeben sollst, ja, und damit dann wirklich glaubst, auch noch etwas bewirken zu können, das funktioniert nicht, also. Halten wir fest, auf die Hausaufgaben konzentrieren, an eurem Standort konstant die richtigen Dinge tun, natürlich müsst ihr auch da immer für neue Sachen sorgen, neuen Content etc. pp, aber dort ist die Wahrscheinlichkeit und die Conversion Rate dieser Marketingaktivitäten weitaus höher. Und vor allen Dingen, Leon, was mir ganz wichtig ist, dass unsere Zuhörer auf den Streaming-Plattformen und die Zuschauer hier auf YouTube eine Sache wirklich verstehen, nämlich, hört auf, euch mit Dingen zu beschäftigen, von denen ihr keine Ahnung habt. Fangt an, Dinge zu verstehen. Und wenn du Dinge verstehen willst, dann musst du dich damit beschäftigen. Ja. musst du es lernen. Und lernen, zum Lernen gehört, es auch in der Praxis anwenden zu können, damit umgehen zu können. Und das heißt, such dir Leute, die dich ausbilden in dem Bereich, die dich fit machen, dass du vor allen Dingen erstmal die Grundlagen verstehst. Weil wenn du die schon nicht kapierst und wenn du schon im Widerstand gehst, überhaupt, dich öffentlich zu zeigen, überhaupt Werbung zu machen, dann hast du ja schon vom Haus aus ein Missverständnis auf, was ist das überhaupt? Wie funktioniert das überhaupt? Wie geht Werbung? Ja. Wie mache ich das richtig? Brand. Was ist meine, was ist überhaupt eine Brand? Wie baue ich mir eine Brand auf? Also nochmal, hier ist Ausbildung ganz entscheidend. Ja. Also mich ausbilden, mich fit machen zu lassen in diesen Themen. Ja. Und hier will ich auch mal tatsächlich einmal eine Lanze kurz brechen. Wir gehen mal weg vom Coaching. Ja. Lass uns mal weggehen vom Coaching. Oder lass uns mal weggehen von einer kostenfreien, von kostenfreien Coaching-Session oder kostenfreie Beratung. Hey, lass dich mal von uns fit machen, dass du überhaupt mal die ganze Bandbreite deiner Möglichkeiten echt von der Pike auf verstehst, ohne jetzt zu sagen, dass da draußen einer dumm ist oder sonst irgendwas. Aber wir müssen lernen, die Dinge zu verstehen, wenn wir von einem Level auf das nächste wollen. Das kann, das funktioniert anders nicht. Ja, 100 Prozent. Ja? Anders geht es nicht. Ja. Also wenn ihr aufs nächste Level kommen wollt, dann müsst ihr eigentlich nur eine Sache machen, hier unter dem Video, euch eintragen. Alle möglichen Dinge sind hier verlinkt, müsst ihr nur draufklicken und wir sehen uns direkt im Termin. Wir telefonieren miteinander und schauen, wie wir auch euch aufs nächste Level helfen können. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht in dieser Podcast-Folge. Mir oder uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und in diesem Sinne, ciao. Vergesst bitte nicht, uns auf Instagram, auf Facebook und vor allen Dingen hier unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Das ist das Allerwichtigste. Lasst uns ein Like da, wenn euch dieses Video, diese Podcast-Folge hier gefallen hat und nicht vergessen, auch gerne fleißig kommentieren, welche Erfahrungen du konkret mit Online-Marketing gemacht hast. Also in diesem Sinne, auf geht's. Bis zum nächsten Mal.